Herzlich Willkommen bei Spaß am Spiel. Heute mit einer neuen Karte. Tja, Transport Fever 2 macht Macken. Ja, und dachte ich fange mal mit einer neuen Karte an. Heute eine kleine Vorschau auf die Karte, was ich baut habe, schon unwertig vorhabe. Euer Spaß am Spiel. Ja, herzlich Willkommen bei Spaß am Spiel. Heute mit Transport Fever 2 auf einer fiktiven Karte. Ich baue ein bisschen Berlin, ein Stückchen klein nach. Ein paar Strecken. Potsdam, Brandenburg raus. Vielleicht, mal sehen. Und dann noch ein bisschen Fernverkehr. Ich habe ein bisschen S-Bahn-Verkehr jetzt aufgebaut. Ja, fahren wir erstmal so ein kleines Stückchen hier mit. Mit einer alten, schönen 271er Richtung Babelsberg. Jetzt sind wir gerade am Wannsee Bahnhof. Ja, lasst euch gefallen. Eine Hin- und eine Rückfahrt. Es ist noch nicht alles ausdekoriert, ausgebaut. Kommt noch alles. Wenn ihr Ideen, Ratschäge, Tipps oder sonstiges habt, einfach in die Kommentare schreiben. Ich würde mich darüber freuen. Und jetzt berühre ich mich an und nehme fort. Und jetzt berühre ich mich an. 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 s-bahn hinten in die kernlage rein von der u-bahn hinten ist potsdam kleine schöne stadt wie ich sehe noch keinen buslinie hier hier in der autobahn zu fahrt ja kriptbahnhof babelsberg kleine stadt mit buslinien hier unten und paar buslinien ober babelsberg kann man noch schnell erinnern bahnhof so versuche auch so ein bisschen die buslinien in dem gebiet mit einzubauen passend zu im osten hikarus bus leider ohne schönen sound ja fahren jetzt ein bisschen rum industrie führung jetzt kommen wir nach wansi das ist nur provisorisch für die fernbahn und regnerbahn züge ein bisschen ab hier trennt sich die s-bahn und ab hier fängt haben wir jetzt schon die bot ja absperrzaun ja für die s-bahn nimmt kein betriebswerk reinigungshalle pausen um und alles stellwerk ja und dann kommen wir ab nach wansi ein bisschen gefilmt ein bisschen ab der bahnhof passt nicht ganz so hundertprozentig zum bahnhof wannsee aber gut man kann ja nicht alles haben ja hier so kleine ecken weil ich noch alles ausbauen werde dekorieren auch hier zwei buslinien einmal zum parkplatz kosten und parkplatz und der shuttle bus wird 114 kleine ringlinie ja weiter habe ich hier noch nichts zu baut außer die kleinen busparkplatz 118 und er fährt ab und los geht's ja so sieht die karte erstmal aus hier ist schon mal Bahnhof Zehendorf geht's dann weiter nach Stieglitz Richtung Vornau ja dann geht's hier hinter es soll mal so Grunewald gehen hier soll auch der Grunewald entstehen müssen denn hier wahrscheinlich zu lang Richtung Hauptbahnhof da wir ja die Kulimot haben Hauptbahnhof ja und hier so mal gucken was ich alles baue Brandenburg vielleicht oder so paar fiktive Städte auf jeden Fall ja das war der ein kleinen Einblick in meine Karte hier möchte ich nur noch so eine Anlegestelle bauen wie in Real ja ich hoffe es hat euch gefallen euer Spaß am Spiel wenn ihr mich noch nicht abonniert habt denkt daran Abo Like würde mich auch drüber freuen bis bald euer Spaß am Spiel Untertitelung des ZDF, 2020